Ich würde vielleicht Videos löschen. Langweilig! Ja, das habe ich hier schon mal dringesagt, glaube ich. Langweilig! Ich krize langweilig. Ist das nicht diese komische Achterbahn, wo du Kopfschmerzen kriegst? Langweilig! Boah, gleich fahren wir wieder rückwärts runter. Schauen wir mal hier so. Das ist immer ein Kletterer. Langweilig! Da unten steht ja gar nichts mehr. Da steht ja nichts mehr. Das meine ich. Langweilig! Aua! Langweilig! Schreitig, schreit langweilig! Überfall! Langweilig! Mein Oma! Uuuuh! Ratatatatatatatam! Der rast immer so in die Kurve neuerdings. Zum Kotzen! Uuuuh! 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 Nochmals! Zugabe! Zug voll am Fahren! Ich hab voll durch! Ratatatatatam! Aber da unten ist ja gar nichts mehr. Was? Ich finde der doch auch so weh! Nee, ich hab mein Ohr da drüber! Das ist ja schön! Ja, toll! Uuuuh! 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 Langweilig! Moritz hat mich angepasst! Uuuuh! Nein, meine Rohr! Uuuuh! 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 Super! Nochmals! Noch, nochmals! Uuuuh! Uuuuh!